ja und damit herzlich willkommen zurück zu let's play sessions creed wir reparieren die jackdor habe ich ja gesagt in der letzten folge wir gucken was passiert natürlich reparieren wir die jackdor und kämpfen jetzt hier um unser schiff bestmöglich auszurüsten weil ich glaube die princess wird ein echt harter brocken das hat bestimmt ein 36er schiff oder sowas gedreht wir haben jetzt alles was wir brauchen um das schiff zu verstärken das gefällt mir noch ich freue mich schon die so viele monster schiffe in der gegend und alle können wir einzeln uns holen das gefällt mir richtig gut nur so geschossen momentan leider nicht aber da sehe ich welche schwimmen wir sind noch ein lied wo wir angreifen war noch ein stärke biet auch kein umgehen nicht das nicht aber ich sollte nicht überheblich werden das habe ich wirklich keine umgehen gucken wir mal aus mit dem schaden wir sind die auf die feldung da ist ein zeichen und hallo 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 Boah, ich komm die Schläge wieder rum, das ist ein Mist. Ich fahr mal so rum. Speichern, okay. Verfolger ansehen? Ich will keine verfolgen. Oh nein, die kommen genau durch die Fallspieler. Und? Das war der Feuer geplant. Okay, wir müssen... Aufpassen, das ist ein Level... Oh, das ist besser! Auf! Äh... Finde ich jetzt sehr uncool. Und noch eins! Feindlich ist Feuer! Und noch eins! Feindlich ist Feuer! Ich kann doch nicht gegen drei Schiffe gleichzeitig kämpfen! Mist! So am Arsch! Ich muss irgendwie... ... Feindlich ist Feuer! Gegnerfeuer! Feuer! Feuer! Feindlich ist Feuer! Feindlich ist Feuer! 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 Das ist ja natürlich jetzt meine Rettung. Oh, da hinten ist das N kaputt. Das N ist kaputt. Komm schon. Überlegen aber nochmal. Ja, bitte wir sterben nicht, bitte wir sterben nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben es ernsthaft geschafft, oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Wir haben gegen zwei der Kriegsschiffe gewonnen. Wir werden immer besser. Das eine hat noch so 280 Holz dabei gehabt oder so jetzt gerade. Oh. Da haben wir es aber ordentlich gegeben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ich sterbe. Ich sterbe einfach. Stop. Ich sterbe einfach, stop. Autsch, eigentlich wohne ich den ja. So, wunderschön, okay. Das ist ein bisschen bei den Piratenjägern, das ist das doofe, dass die haben braune Kampel, du hast blaue Kampel und dann muss das mal gucken, ob der richtige ist. Und natürlich haben viele versucht, die Fässer zu experimentieren zu bringen, was mir diesmal nicht ganz verblieben ist. Metall, 83, Jackdor reparieren auf jeden Fall. Hui. Da haben wir uns aber echt noch mal durchgemogelt. Oh, oh. Mach'n Flock gegen Edward, mach'n Flock gegen, oh mein Gott. Wir müssen sofort zum anderen Schiff. Wegen das Schiff können wir um so wenig Leben nicht antreten. Hoffentlich versenkt er das für den Börser nicht. Oh, wir haben einen Börserfeind. Oh, ich hasse sowas. Und mein Fuß ist eingeschlafen. Macht's nicht besser, wollte ich nur mal sagen. Ja, ja, ich bin nicht dabei. Lassen wir sie einfach weg. Ach, mal hinter mir das Schiff. Alter, was für'n Schiff. Und wir darf noch versiegen, ne? Dann sind wir, glaub' ich, reiche Mann. Reiche Mann. Und dann sind wir reiche Mann, weißt du? Äh, komm' ich da hinten vielleicht an die... Ja, drehbar sein Abfall ist schon schon klar. Aber ich will ja auch das Fass erreichen. Da war irgendwas. Ich hoffe, ich hab's geworfen. Ja, hab ich. Ja. 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 ャ So, ja, okay, aber wo bin ich? Da, wo bin ich? Hier bin ich. So, stopp. Boah, hier sind wir nicht alt, verstehe. Arschendet mal. Ich frage das, weil ich den Jibs verstehe. Wow, verteidige dich, verteidige dich, verteidige dich. Was? Ich hab doch, oh nein. Ich hab doch verteidigen gedrückt. Mann. Fuck. Ey, das ist immer richtig ärgerlich, wenn du, wenn du das Schiff schon erobert hast im übelsten Kampf und dann sowas. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich gerade in die Kajüte rein. Gut. Dann sind wir halt jetzt unter Wasser, ne? Eigentlich wollte ich in die Kajüte rein. Und mich da ein bisschen irgendwas kümmern, aber... wo haben wir denn hier ein paar Schätze? Lang nicht mehr gemacht mit dem Tauchen. Da ist die Tür. Ah, da ist die Kiste okay. Ich probiere mal die... Kiste so zu bekommen. So, okay. 160. Und keine Ohrringe für 150. Jetzt gehen wir das fast runter. Ja, ja. Passt schon. Oh, 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 oh. Das geht da hinten los. Uaah, TSort. Ufa. Why is that here, who is going down? Oh, what the end man is going down. Das ist echt ein schwieriges Frag, das geht nämlich sehr nach unten hier. Au. Oho, der Heiß hat uns auch gleich. Oh, das ist noch einer, fuck. Okay, blundern. Ich glaube auch, dass ich gleich wirklich kein Luftball bekomme, deswegen versuche ich mal gerade, dahinter zu kommen irgendwie. Wie ging das schnell schwimmen? Fuck, 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 fuck. Runter, 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 runter. Okay, gut, okay, gut. Das hat's, ja, ich hab's wirklich lange nicht mehr gemacht. Puh. Bin ich getötet. Achso, wir sind wieder hier. Achso. Man stirbt dann nur wieder unter der Glocke gespawnt. Ja, das ist ja sogar praktisch, wenn man stirbt. Lol. Ich bin mal in dem Frag hier noch irgendwas zu finden, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Das ist sehr kompliziert, dass das hier so, ähm, nach unten geht. Das ist vollkommen ungewohnt im Vergleich zu den anderen Faxen, die wir bisher hatten. Das ist vollkommen ungewohnt im Vergleich zu den anderen Faxen, die wir bisher hatten. Das ist vollkommen ungewohnt. Das ist vollkommen ungewohnt. Das ist vollkommen ungewohnt. Okay. Das ist also gar nicht so schlimm, wenn man hier stirbt. Drecksviel. Hier war ich doch schon. Oh oh. Und wieder die Luft. Ah, das gibt's ja gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will zur nächsten Glocke. Wo ist die hier? Ich seh hier gar nichts bei diesen dämlichen Glocken. Die sind sonst wo. Okay, wir sind schon... Hä, was ist das für ein Frag, ey? Naja. Es tut mir leid für alle, die sich jetzt gerade vor dem PC sitzen und sie an den Kopf greifen und so, hm, das macht der Typ schon wieder. Ich find das Frag sehr Schokolade, muss ich sagen. Ich hoffe, das ist so ein Spezialfrag und es gibt nicht viele davon. Ähm... Ja, hier als erstes hast du vielleicht deine dumme Trauerglocke an, die du eh nicht mehr ran kannst dann, weil du willst ja da runter. Oh, komm mal, wie tief das da runter geht, der sieht gar nicht. Zusätzlich gibt's hier noch Haie. Und zwar eine rauer Vielzahl, möchte man meinen. Ich kann gar nicht über das erste Fall krümen, ohne von drei Heimen entdeckt zu werden. Und die Kisten sind so tief... Ah, okay, das ist die Kiste, das hält in Trauerglocke, das gefällt mir. Ohne Morena in der Klasse. So, gleich zur Tauerglocke hin. Okay. Oh, oh. Nicht entdecken. Fuck, die hab ich erwischt. Oh, schöne! Ich dachte, die findet mich vielleicht nicht, die seht mich vielleicht nicht. Da geht's rein, okay. Da sollte ich mich eigentlich nicht mehr erwischen. Da ist noch eine Kiste, wow. Ah, das unter Wasser macht auch Spaß, auch wenn's gerade mit dem Frag hier ein bisschen schwierig ist, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann ja meiner Unfähigkeit nicht das Spiel schlecht machen, nur weil ich das Spiel nicht hinkriege. Kann ich ja nicht sagen, das Spiel ist scheiße. Okay, wir müssen schon zur neuesten Tauerglocke. Die müsste irgendwo hier sein. Genau. Aber da würde ich vorher noch gerne den Schatz holen, weil der liegt ja gleich daneben. Oh, noch eine! Oh, schöne! Ich kann nicht klicken, muss ich da was klicken? Okay. Ich glaub der, die... Ja, okay, ich seh's ja schon. Rundern, rundern, schnell, okay. Und dann zur Tauerglocke. Schnell zur Tauerglocke! Wir würden nicht so oft sterben. Okay. Das nächste Anwendungsfragment muss auf den Hügel da liegen. Und darüber ist dann gleich ein Tauerglocke! Hoch, 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 hoch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Die ganzen Haie! Boah! Bist du zu blöd, die Klappe hochzuschwimmen! Hallo? Can we? Oh, die Klappe nicht hoch! Ah, okay, da ist das... Fragment! Und? Ah, still! Ah, Mist! Der nächste Schatz ist da hinten. Kann ich hier drunter durchschwimmen? Dann sieht mich der Ei vielleicht nicht. Ah ne, das ist Morena, vergiss es! Okay, Baby, wo bist du? Da unten. Ich seh dich. So. Ach, das letzte Truhe, oder was? Oder muss ich hier noch einen Wracken finden? Truhen an ihm muss am Ende alles gefunden. Das blaue Loch. Da natürlich ist es genau neben mir eine Morena wieder. Die habe ich mich jetzt mal raus. Ne, tut sie nicht. Okay. Jetzt muss ich dahinter kommen. Mist! Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Piss dich! Komm, du stoß dich irgendwie ab an so'n Ding. Boah, es ist halt echt knapp, da hinzukommen. Weil, wenn die Haier in den Decken dabei... Komm schon! Mhhh! So, nun muss mir noch das Haubanglocki sein. Ich seh aber keine. Ach doch, hier! Glaub ich, bin wirklich blöd. Okay, dann wird's doch nicht so knapp mit der Luft. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir überleben. Puh, okay, gut. Aber haben wir das echt früher so gemacht, dass die... Ich weiß es nicht. Hat das jetzt hier so eine Tauchung darunter? Kann ich mir gut vorstellen. Haben die da echt zu Fässer auf den Boden geschmissen? Yay! Noch ein Schub, los! Noch ein Schub! Ja! Ja! Okay, wir schaffen's! Klasse! So! Und wie kündigt der denn jetzt an, dass... Wie kündigt der denn jetzt an, dass der hoch möchte? Ich muss ja den ja irgendwie sagen, ne? Okay, gut. Dann haben wir das Problem hier gelöst. Wo ist denn die Mission? Die Mission ist hier hinten. Oh! Geldgewinn hoch! Genau, ist genau neben der Mission. Dann holen wir uns die. Was ist da hinten? Was hier zu holen? Erst die Trab- und Bramsegel! Da ist etwas aus. Und voll Klappsegelheim! Level 49 schaffen wir aber niemals. 200 Stoff. Das sind aber viel zu viele Schiffe leider. So, wir müssen uns das drehen. Achso, die Folge ist schlägst rum. Okay, na dann meine lieben Freunde. Dann werde ich jetzt noch mal ganz kurz während inzwischen dem Folgen in das Menü reingehen und werde da ein bisschen was kaufen und so. Das muss man ja nicht jedes Mal zeigen. Das dauert ja mal ziemlich lange. Und wir sehen uns dann morgen. Tschüss!